wow und recht herzlich willkommen und danke dass ihr eingeschaltet habt es ist ein tag danach ein tag nachdem wir in den stunden und tatsächlich ist vom freitag abend sozusagen die analytics statistik schon da also ich könnte schon nach und es ist unglaublich wie lange die einzelnen durchschnittlich sozusagen zugeschaut haben es ist enorm es ist ultra geil so ein paar zahlen und effekt so nur für den freitag war die wieder dauerweise ich insgesamt leider nicht aber insgesamt waren über 1200 zuschauer dabei richtig geil und der livestream alleine der also die die unter dem livestream sozusagen direkt abonniert haben waren vier neue abonnenten insgesamt sind ja noch mehr geworden über 2200 abonnenten vor dem livestream waren es irgendwie ich glaube 2180 oder paar 70 irgendwie so und ja so viele innerhalb von 24 stunden es ist ultra geil ich weiß nicht was ich sagen soll gleich geht es nach braunstag ich war jetzt gerade schon im braunstag bin das wieder nach hause gekommen habe dann schnell ein video hochladen vielleicht treffen wir heute welche das seht ihr dann hier gleich auch noch mit und ich hoffe ein braunstag gewinnt das wetter ist nicht so ganz geil weil es auch schon morgens ziemlich kalt ich habe noch nicht mehr in meinem eigenen bett schlafen können nach weiße eine nacht komplett durchgemacht doch also ich habe in der bundesliga ich wollte in der bundesliga gucken bin ich innerhalb der halbzeit eingeschlafen der kommentator müsste eigentlich so laut geschrien haben dass ich aufwache aber ich bin nicht aufgewacht ich habe bis 19 Uhr gepennt es hat sich als ich dann aufgewacht bin so komisch angefühlt naja dass ich halt dann irgendwie ja ich habe dann noch aufgestanden erstmal noch was gegessen ein bisschen entspannt und musste dann auf dem sofa schlafen weil ja ist ja auch egal warum aber ich muss auf dem sofa schlafen und konnte nicht immer im eigenen wett schlafen das war sehr scheiße dementsprechend mein kopf ich weiß gar nicht warum mein kopf zu drücken tut aber ich habe ein bisschen kopfschmerzen aber gleich geht es raus dann die frisch schlafen dann verbessert sich das alles und einfach brauchen schon gewonnen habe ich überhaupt drauf so auf dem weg zum oho einfach spiel ganz schön scheiß wetter das auto einmal hier rum holy geht das mit der kamera und dann machen wir jetzt zusammen irgendwie kameras sind nicht nur die aus den dings und da hat irgendwer gerufen der soll mal sagen spaß was hat aber pfff scheiß man nicht dass ihr denkt dass ich auf dem hof lebe oder so sondern ähm scheiß dings sondern meine eltern haben pferde und die sind jetzt gerade noch vor dem spiel während es mega regnet noch wenn ich mit meinem vater noch jetzt hier aufs dorf gefahren obwohl die pferde stehen und die bringt er jetzt rein mit irgendwie weiß ich nicht auf jeden Fall nicht mit mir regnet mir viel zu doll ähm und ja kamera wieder trocken machen dann gucken ähm wenn es so weit regnet kann ich natürlich ähm wenn ich mich lange vor der haupttribüne aufhalten und drinnen wird es für die meisten wahrscheinlich keine vip karten haben ich werde jetzt mal zeigen hier haben wir auch einen parkplatz haben wir auch das ist die karte ein parkplatz und die beiden ähm das ist was anderes die beiden ähm 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 eintrittskarten ähm ja westtribüne business äh block 2 links ist das ja so jetzt wechseln weil hier hin werde ich durchfahren Brille putzen weil ja genau Brille ja nur Lauf normal fürs Autofahren und ja eigentlich normal auch so ähm außer vorm PC ähm joa und dann muss ich es warten Kamera wieder trocken machen Ingolstadt das ist übrigens der einzige der nach einem Bundesligaaufstieg Gemeinschaftskurs sitzt und liest während alle anderen Nominen herumfeiern die zeichnet insbesondere seine Professionalität und seine Ruhe aus wir sagen Danke Dabir 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 So, das Spiel ist vorbei, ich bin wieder zuhause und das kann ich jetzt gar nicht sehen. So, VIP-Winzel noch dran, das muss ich gleich noch abmachen, das nervt mich übertrieben. Eigentlich weiß ich nicht wieso, naja. Also ich weiß wieso die das mit den Winzel machen, aber ich finde die immer total nervig. Hier die Karte, ganz wichtig hier ist. Block 2, links. Zum Spiel, ihr habt ja ein paar Aufnahmen gesehen, ich konnte da drin ansonsten weiter nicht filmen. Das sähe dann einfach irgendwie ein bisschen komisch aus, weiß ich nicht. Ja, zum Spiel. 1. Halbzeit war gut, haben sie ihre Chancen nicht gemacht. 2. Halbzeit war kacke, haben Zeitroh bekommen. Ähm, die Düsseldorfer haben so krass verteidigt, einfach mit 6 Mann standen in der ersten. Also bei der 2. Halbzeit habe ich das nicht mehr so genau beobachtet. Weil die 2. Halbzeit hat irgendwie insgesamt nicht so viel Spaß gemacht bei meinem Zuschauen. Ähm, in der ersten Halbzeit haben die mit einer 6er-Kette, mit einer fucking 6er-Kette hinten verteidigt. Und das war wirklich richtig krass. Ja, ansonsten, ähm, muss ich sagen, dass ich diesen komischen, ich weiß nicht, was das für ein Fuzzi war, ja. Übertrieben der, weiß ich nicht, auf jeden Fall von Düsseldorf. Also es gab zwei Sachen, die muss ich jetzt nochmal zum Spiel sagen. Also der eine von Düsseldorf, der, ähm, weiß ich nicht, war so ein Opa, der bei denen auf der Bank saß. Ähm, so übertrieben graue Haare, Brille hat er so getragen, ja. So hat er die Brille getragen und sah so aus wie, weiß ich nicht, ein Co-Trainer, Physio, Arzt oder was weiß ich, Betreuer. So eine richtige Lobposition bei denen, ja, hat nichts zu melden, der Typ. So, und, ähm, weißt du, erst mal so mit der Brille, ja, so, sieht scheiße aus, ja. So hat er auf, 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 krasser Typ oder so getan und hat dann, ähm, nach dem Elfmeter sich umgedreht zur Haupttribüne, ja. Weil die Bänke, die, ähm, sind ja, äh, ähm, zur Haupttribüne und da sitzen ja nur Braunschweig-Fans. Und, ja, der hat sich da so zehn Minuten nach dem Elfmeter-Tor immer noch so, äh, zur Haupttribüne umgedreht und da so, äh, lächerlich hingejubelt. So, äh, weiß nicht, da hab ich gedacht, was ist das für ein Asi, ey. Ja, also, ne, Spacko, das ist einfach ein Spacko gewesen. Äh, ja, Schadenfreude ist ja immer die schönste Freunde und das hatte er anscheinend. Aber, weiß nicht, war ein bisschen lächerlich, wie er sich da gefreut hat. Ähm, ansonsten, ähm, hat mich auch mega aufgeregt, wie viele, ähm, aber schon früher gegangen sind. Und mir ist das ja egal, wenn die irgendwie, wenn ich sehe, dass, ähm, auf Gegengraden oder so, wenn die früher gehen, das ist mir egal. Dann sehe ich so, ja, okay, dann gehen sie halt früher. Äh, ist mir auch egal. Aber heute sind auch mega viele bei uns halt früher schon gegangen. Und, ähm, ich musste paar Mal wirklich, also, erstens zur Halbzeit zu spät gekommen, zu kommen ist ja eine Sache, ja. Wenn man sich da, äh, drin im VIP-Bereich noch vergnügt. Ich war ja auch drin, bin auch, äh, ich bin genau zum Anschluss bin ich rausgekommen. Genau zum Anschluss, äh, habe ich mich hingesetzt. Ganz pünktlich. Ähm, und ich bin auch bis zum Abpfiff natürlich geblieben. Aber, weißt du, ich bin, musste in der zweiten Halbzeit, äh, zum Wiederanpfiff, ähm, irgendwie fünfmal aufstehen. Weil alle irgendwie innerhalb, so bis zur 55. Minuten sind immer wieder welche gekommen. Ja, das habe ich richtig aufgeregt. Und dann haben die in der 85. Minute haben die angefangen wieder zu gehen. Die, die zu spät gekommen sind am besten ja noch, ja. Äh, also... Äh, ne, das hat mich so aufgeklärt. Das war bei den anderen Spielen nicht so schlimm, aber... Äh, ich habe ja bei den anderen Spielen auch nie Videos gemacht, aber, ähm, da war es jetzt nochmal extrem schön. Das ist das letzte Spiel der Saison, kann man nochmal bleiben und so. Ja, ähm... Wir sind hier gerade in der Lobby für, ähm, Pro Club. Ähm, wir sind mit relativ wenigen hier nur. Aber egal, ähm, ja. Ähm, wir sind jetzt im Pokalfinale. Ähm, ich habe jetzt das Halbfinale... Ne, warte. Ja, genau. Das Viertelfinale seit dem Viertel... Das Viertelfinale haben die alleine noch gespielt. Da war ich noch nicht da. Dann habe ich das Halbfinale... Und das Halbfinale und das Halbfinale, äh, mitgespielt. Das Viertelfinale haben wir 4 zu 0 gewonnen. Da habe ich zwei Vorlagen und zwei Tore. Und dann im Halbfinale ein Tor gemacht und dann haben wir 2-1 gewonnen. Und jetzt mal gucken, wie es im Finale aussieht. Hoffentlich gewinnen wir da. Leider haben wir verloren. Deswegen keine Pokalfeier. Mal gucken. Sieht man gleich deren Feier. 1-0 verloren. Da sind die Spiele. Sollte es verkaufen. So, ein dickes, dickes Dankeschön erstmal fürs Anschauen. Ich habe mich mal jetzt dazu bewegt, einen Endcard zu machen. Und hier ist er. So, also. Ähm, wie hat euch das Ganze gefallen? Wollt ihr mehr von sowas sehen? Lasst es doch einfach mal mit einer Bewertung da oder in einem Kommentar. Ähm, ansonsten, was noch das Geilste so am Tag war, dass ich einfach gefragt wurde. Ob ich auf einmal Eintracht Braunschweig Trikot unterschreiben kann. Und das ist ja mal wohl die größte Ehre als Eintracht Braunschweig Fan, dass man auf so einem Trikot unterschreiben darf. Und ja, es war ein super cooler Tag. Und lasst es mich doch einfach wissen, wenn ihr mehr Vlogs oder so sehen wollt. Oder ob ihr irgendwie Kritik selber an dem Video habt. Also ihr wollt mehr davon irgendwie so sehen. Aber ich sollte das irgendwie noch besser machen. Irgendwie so. Ich bin da ja noch sehr unerfahren. Also ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Herein. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020